Das ist die kleine, mittelgroße Hündin Rima. Sie ist etwas scheu, sie lässt sich aber in der Hütte unter Bedrängung sehr gut anfassen. Ist aber normal, wenn sie jetzt nicht in die Hütte eingesperrt wird, so halb mit dem Fuß, würde sie flüchten. Aber wie man sieht, unter Bedrängung überhaupt kein Problem. Man kann sie unter Bedrängung problemlos anfassen. Mit ausreichend Hundeerfahrung, mit unsicheren Hunden, schafft man das. Vielen Dank.